ja ich bin die tür aufkaufen kann man nicht gehen konnte irgendwo noch eine tür kaufen kannst wo denn natürlich anschließen auf was warte mal du hast noch acht schuss kauf sie so lange auf bis die oben ist ja ihr musst noch irgendwas geben komisch kathol nennen 9 die aus kreken ab ja jetzt warte mal jetzt brauche ich noch eine gescheite waffe oder zwei bachst und wo der chelibain fliegt dies nicht gescheit Pansch die mal, dann ist die geil Ja, nee, ich hab auch nichts Geld zum Scheißen hier, ne Nö Kiste, wo kommst du? Alter, Wurzellwelle ist das, ey Da drin, solchen Käfigen vielleicht Mit den Dinger kann man, glaub ich, auch Aufzug fahren, irgendwie Ja, warte Ja, warte Aufzug, nee, Aufzug kann man hier nicht fahren Sicher? Ja Ich glaub, hier wollt ihr nicht an die Kiste gehen, ich muss sie noch leer machen Ohhhh, was hab ich denn hier? Ja und Die geht richtig schnell leer Ich bemerks ja Nehmen sie doch Nein, Pipsa, Mann Pipsa, hast du zu geil zu mir ergeben? Oh, Tesla Was ist das? Tesla Ja, das ist sie Hey, Leggo, my Wonder Waffle Alter, es muss irgendwo noch dieses Scheiß einer Teil geben, ey Ich glaub, ich hab zwei richtig geile Waffen Alter Hey, knall ihn ab, Mann Knall ihn oben ab, knall ihn oben ab Herr, da wo ist das scheißrote Ding? Ich glaub, sie verschenkt Ah, die Kiste ist nicht hier, wo ist denn die? Die war jetzt, äh, unten an der anderen Stelle da Ach, nein Ach, nein Ne, dann Mach ein Blatt Ihr holt die einfach die MP40 fertig Ja, ich weiß Ist bauen aber jetzt nicht ganz unten, oder? Nein Ah, hier gibt's doch nicht Kommt einfach hoch Kommt einfach auf Kommt einfach auf Ich hab mir diese Computern gekauft Die ist One-Hit Die macht One-Hit Ist das ein Affen? Boah, ist das ein Affen? Nö, warum denn? Ich hab einen Affen geworfen Okay, ich werde ihn Rett ihn Geh, ist ne Nuke 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 Ich hab noch einen Affen geworfen Schell, schell, schell Oh, oh 602 Zombies, ey Ne, 594 Scheiße, ich sterb, ich sterb, ich sterb Ich weiß nicht, wo ich hin muss, Alter Ich komm nicht klar Ich werf noch einen Affen, meinen letzten Aber Okay, ich hab's geschafft Ja, ich schaff's nicht Jetzt kommt nach oben auf Ich hab einen Affen geworfen, ihr schafft es Ah, hier Oh Ich hab's geschafft Oh, irgendwie mag ich die Tesla dann So, ey, ja schieß dir mal zwei Auf So, so gut wie's geht, schieß dir mal Nur ihr zwei jetzt Ich hab's geschafft Und dann macht's onehit Und dann macht's onehit Und dann macht's onehit Jaa, sieht er doch, geht ist doch Ich glaube ich punche mir die Würfe. Gibt es jetzt ein Endgame? Jawohl! Ihr macht es ja. Gut. Ihr habt ja noch genug Zeit zum Punktemachen. Wer bin ich das? Was? Guck mir meine Waffe an! Was denn? Ja. Wie? Wie machst du das? Waffenwerfer bestimmt, oder? Nein! Es ist ein Sniper. So geil. Lass mal mit der Waffe nach! Ich? Ja. Weil ich hab gedacht ihr schießt. Seid nur noch mit dem komischen Teilmonie. Ja, wahrscheinlich weil ich die Tesla kann haben, habt ihr es jetzt auch bekommen oder so irgendwie, keine Ahnung. Klaberst du es in eine andere Waffe? Warte mal, ist die Kiste hier? Nein, unten. Äh. Ich mach mal hier oben noch den... Ja, dann lass uns hier campen, oder dann kaufst du mir nämlich gleich die MP40 noch. Naja. Na, es war so klar. Warte mal, warte, warte, warte. Hallo? Wo ist denn der andere? Ja, ich bin hier. Ich guck hier ein bisschen dringend. Ah, geil, Max, Emma. Der Wreck'n'Rail regelt das. Aber der rote Strahl, der geht durch die Tür. Vielleicht geht das erst auf, wenn wir weiß geschafft haben. Oder irgend so ein Fragezeichen. Weiß haben wir schon geschafft. Ja, dieses Fragezeichen. Was ist denn da? Da geht's mich auch. Was ist die Tesla da dahinter? Haben wir alles andere schon geschafft? Okay. Hm, komisch. Oskar, willst du keine Punkte machen? Naja, doch. Ich glaub, du hast du auch noch ein bisschen mehr nötig. Ich hab keine Muni, man. Kauf dir die MP40 und punche dann. Machst du auch? Machst du auch punche oder was? Nein, mach ich jetzt. Dann. Habe ich vorhin auch mit der Farmers gemacht, das geht eigentlich ganz gut. Jetzt Pisht es nur übernimmt. Auf nur das Punkt kommt. Wenn's sogar number ist die Whipers schlecht. Oskar, wir manchmal. Ja, kommt wieder vor auf. Mannheimsfeldes. Mein Gott, mein Gott, mein Gott Was ist denn? Was ihr hier wieder abseht? Ich bin wieder ab Diese Sniper behalte ich auf jeden Fall Wie lädt die eigentlich nach? Ganz normal wie die M14 ungefähr sieht die aus Nur mit so nem komischem Sniper Visier Ich weiß, das wird die... Ne, das ist unerwartet Die MP40 ungepuncht ist jetzt zu schlecht Aber ich hab keine andere Waffe Die macht Punkte Ja, ich weiß, aber ich hab auch keine andere Waffe Das heißt, Dragon Ray, du musst ein bisschen mitballern Mach ich doch Schon mal schnell, Moni Ja War das die? Ja Alter, mit einem Schuss? Wieso, wie viel hab ich denn getötet? 5, 6 Stück Ey, ich kann mich nicht mehr bewegen Ich kann mich nicht mehr bewegen Ich kann nichts machen Ich... ich konnte nichts machen Oh, Leute Wir sind am Arsch Wir sind am Arsch Ich kann nicht schießen Leute, ich kann nicht schießen Wir sind am Arsch Ich weiß, warum Ich weiß, warum Komm her, ich kann schützen Ich kann schützen Komm her Wirklich Ich hab aussehen Ja, ich Ich schieß doch Ich kann nicht Ich kann nicht Geht nicht Doch, du musst ihn retten Wir sind tot Wir sind tot Ich hab kein Shugger Note Ja, weil es der letzte Hoffnung zu leben Komm her, ich schieß die ab Ich schieß die ab Ich schie... Und vorbei Das ist tot Das hab ich gemeint Ohhhh Ich hab aussehen... ich weiß, was mein Fehler war Ich hab aussehen auf TG Ich hat... ja, ja Ja Fail, man Ha Ja Fail Ja, wir hätten so oder so verloren Ich hatte keinen Shugger Note, keine Waffen Gar nichts Egal Das war eine geile Runde, Junge Die Map war jetzt echt geil Ohne Mist Die hat echt Spaß gemacht Also Leute Vor allem, weil ich die Tesla Gun hatte Wir haben das irgendwie nicht geschafft, aber... Fail, ich hab gar keine Hilfe Hätten wir lange genug gesucht, aber es wäre zu lang gewesen Ja Ich hab kein Video gemacht Hahahaha Idiot Ja, egal, also... Das ist jetzt bestimmt eine gute Map gewesen Wie findet ihr sie? Ach, halt die Schnauze Also, wir werden die auf jeden Fall nochmal spielen, denke ich mal Und dann wissen auch, wo alle Sachen sind und dann passt die Sache, ne? Hm, dann läuft alles schnell und dann läuft eins flüssig und dann so Okay, also dann bis zum nächsten Mal Aber leider ohne mich Wie ohne? Ja, irgendwann... Ich bin jetzt eine Woche im Urlaub Ja, aber ich spiele in einem Monat wieder oder so Ja, okay Okay Ja, egal Bis zum nächsten Mal Also, haut rein Ciao Leute Hallo